Hier ist die Person, Tageszeitschrift, wohl nicht mehr so aktuell. Vogel in der Mikrowelle? Jetzt kommt sie doch! Nein, ist nicht okay! Nein, wollte ich nicht! Ja sag die Frau, die ich gerade ermorden wollte! Ja glaubst du das mit meiner Hand? Ahhhh! Hat ich schon wieder! Oh mein Gott! Oh, die hat ne Kittenssäge! Die hat ne Kittenssäge! Jetzt zieh doch den Scheiß-Schraubendreher! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, meine Hand! Die hat meine... Alter, meine Hand! Ich geh jetzt... Oh... Scheiße! Die kommt von oben! Die kommt von oben! Die Alter, die kommt von oben! Ah! Nein! Lass mich in Ruhe! Ich bin verantwortlich! Ah! Bist du! Äh... Man kann Türen auch öffnen! Dafür sind sie da! Ah! Nein! Mach doch die Tür auf! Gar nichts! Ich hab's dir eben grad gesagt! Ich hab ne neue! Ah! Was? Äh... Was bist du denn? Oh! Hi Schatzi! Ha! Hier ist ja noch einer! Fuck! 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 Äh... Äh... Toll! Sind's drei! Super! Na toll! Hallo! Oh! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon, Kollege! Oh, die sind die Rechte-Dotes! Oh, ich weiß nicht wie cool die drauf sind! Hey, Skorpionschlüssel! Hey, Kraut! Nein, jetzt hab ich aufs Spiel geklickt! Sag mal, war hier nicht noch einer? Die können keine Türen öffnen? Was haben wir denn hier? Die ganze Family sieht als Gefahr, nur die Oma nicht. Der hätte ich doch zuerst mit... Also nein, hätte ich nicht. Alter, was geht mit dieser Oma? Und wir haben, wir haben diese komischen Schlüssel und benutzen auch diese komischen Schlüssel. Hallo? HAH! Äh, so fett ich mich jetzt auch nicht! Okay, du kleiner Schwanz-Lutscher! Jetzt wird's... Äh... Äh, wo ist die hin? Fuck, wo ist die hin? Der Raum war abgeschlossen. Was ist denn los mit dir, Mutti? HAH! Hä? Was mach ich jetzt damit? Was? Ich hab dein Tape gefunden, Motherfucker. 2... Ich hätte erwartet, dass hier jetzt einer von diesen... Ja, was hab ich gesagt? Ich find's gut, dass da jetzt grad keinen Rackdoll-Effekt eingesetzt hat. Also... Naja... Unschlecht. Wir sind Bendigo, Alter! Und tschüss! Oh! Das... Das kann passieren... Wo ist denn der Kollege jetzt? Was? Ah... Haha! Ah, du kann ich jetzt! Es ist so gut, eine gute Idee... Was? Hä? Ich werde zu alt, so wie den Scheiß, Leute. Gut. Ich bin ein Mann. Und ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Untertitelung des ZDF, 2020